Herzlich willkommen bei unserem Trailer für unseren Stream Fragen und Antworten mit Eli und Boris rund um die Weisheit der Kabbalah. Hallo Boris. Hallo Eli. Was bieten wir eigentlich an? Warum hat denn uns die Kabbalah gereizt? Ja, die Kabbalah ist eigentlich eine Lehre über das Wesen der menschlichen Natur. Und um dieses Wesen zu verstehen, um die Gesetze, die dahinter wirken, zu verinnerlichen, sollte man Kabbalah studieren. Die spirituelle Welt ist die Welt, wo man ohne der Bindung an den Körper, ohne der Bindung an das Verlangen zu empfangen eigentlich existiert und existieren muss. Und deshalb muss man diese Gesetze kennen und befolgen. Und man kann sie natürlich auch auf sich selbst anbringen. Vor allem. Es geht wirklich darum, über deine Beziehung zu der höheren Kraft, über deine Beziehung zu der Natur, über das Wesen der Schöpfung. Ja, und es geht hauptsächlich um dich, damit du die Instrumente bekommst und diese Instrumente anwenden kannst. Aber welchen Nutzen hat denn der Studierende jetzt in seinem Leben mit seiner Familie oder mit seinen Freunden? Bemerkt selbstverständlich. Also der Mensch erlangt ein tiefgreifendes Verständnis der menschlichen Natur. Das befreit. Das gibt dir eine enorme Energie. Das gibt dir wirklich das Leben ohne Angst. Es geht hauptsächlich nur darum, wie man in der spirituellen Welt zurechtkommt, welche Gesetze dort gelten und wie man diese befolgen muss und kann. Ja, finde den Sinn deines Lebens. Erlange das tiefe Verständnis der menschlichen Natur. Bei uns erfährst du, wie du ein glücklicheres, harmonisches Leben führen kannst. Mit dir selbst und mit den anderen. Sei dabei. Wir sehen uns.